Rosenmontag, frühmorgens am Siegener Bahnhof. Da Siegen nicht gerade als Karnevalshochburg bezeichnet werden kann, flüchten die Jecken an diesem Tag verständlicherweise lieber nach Köln. Die Bahn setzte dazu zwei Sonderzüge ein, die um viertel vor neun und viertel vor zehn abfuhren. Hier nun unkommentierte Impressionen von diesem wunderschön sonnigen, aber auch frostig kalten Rosenmontagsmorgen. Moin. Seid ihr denn schon gut drauf so früh am Morgen? Ja, klar. Wo soll es hingehen? Ja, nach Köln. Nach Köln. Versteht sich. Habt ihr denn noch nicht gehört, dass es heute in Siegen auch ein Karnevalsumzug ist? Doch, aber der Kölner gefällt uns wesentlich besser. Hier läuft Bier in Strömen, aus dem Bauch raus. Die Möhre wird leer. Auf dem Köln. Oh mein Lieber. Auf dem Köln. Ja, da müssen wir Tickets holen. Am besten müssen wir das. Juhu! Zwei müssen wir kaufen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kann man ja wieder aufsehen. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Kann man ja wieder aufsehen. Ja. Und fastbar. Ach, da waren die Oksine für die Kamera. Und jetzt ist die Köln. Wir haben die Köln. Ich habe die Köln. Ich bin der Köln. Hallo! Hallo! Volles Rohr! Ey, der filmt uns! Kölner Karneval 2011! Willkommen! Hey! Ja, ich wollte nur sagen, ich find Siegen echt scheiße wegen Karneval und so. Aber wir fahren ja deshalb auch nach Köln. Und wir sind die geilsten, die es auf der Welt gibt. Siegalant! Und sie hat eine richtig geile Banane. Ey, sieht nicht gut aus? Und wer ist das Ganze dann jetzt? Das ist Siegen TV. Ich grüße meine Mama! Ihr habt noch nicht genug getrunken, oder? Nee! Ey, ey! Das ist das erste Bier! Das ist schlecht! Muss ich in ein paar Stunden nochmal fragen? Oder ist Horst Schlemmer? Ich hoffe, es war Horst Schlemmer. Ja! Also ich finde ja, unser Kostüm ist ziemlich gut. Ja! Doch! War sicher eine Menge Arbeit, oder? Ja! Wir sind schon seit drei Stunden wach! Mindestens! Mindestens! Nicht schlecht! Dann viel Spaß in Köln! Danke!